Die aktuelle Teuerung und was die Stadt Salzburg dagegen tun will, das war heute auch das Thema im Salzburger Gemeinderat. Die Vorschläge, die reichen davon gratis öffis über Gebührensenkungen bis hin zu einem Stopp für Mieterhöhungen bei den städtischen Wohnungen. Diesen letzten Punkt hat die KPÖ heute beantragt und der Bürgermeister, der hat auch schon fix zugesagt. Rekordinflation und steigende Energiepreise machen das Leben in Salzburg zusehends teuer. Geht es nach der KPÖ, müsste die Stadt vor allem bei den steigenden Wohnkosten ansetzen. Beim Schlüsselthema die steigenden Wohnkosten kann die Stadt zumindest bei den gemeindeeigenen Wohnungen die Mieten einfrieren, anstatt die auch noch zu erhöhen. Ja, das wird sicherlich gemacht, weil das haben wir selber in der Hand bei den 1700 städtischen Wohnungen, wo Mieter sehr günstige Tarife haben. Da werden wir keine Erhöhung machen, das ist sehr selbstredend.